Was ist das hier alles? Diese kleinen Kammern? Dann kommt man zu mir. Ah, okay, da geht's. Bevor wir in die kleinen Kammern kommen. Da sind Pfeile auf dem Boden, ne? Da in der Mitte, ne? Von dem Gang. Dann kommt man hier rein und dann geht man dem roten Pfeil nach. Inserweg. Okay. So, und wenn der Bunker zu ist, dann muss man geschleust werden. Das heißt, man geht nicht dem roten Pfeil nach, sondern dem weißen Pfeil. Ja. Und macht entsprechende Handlungen. Herr Pett, bringen Sie bitte Dengstmann in den Bleibereien. Folgen Sie dem weißen Pfeil und handeln Sie so, wie hier beschrieben ist. Aha. Na? So ist es unser Ostersterster aus, so können wir uns mal wer gesündet haben, oder? Vielen Dank.